Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch ein paar Buchreihen vorstellen, die ich hier in meinem Regal stehen habe und die ich super gerne gelesen habe und die alle das Thema Faye beinhalten. Ich hatte überlegt, ob ich dazu noch mal ein Drei-Bücher-Die-Video mache, aber es sind einfach mehr Bücher als drei, die ich euch da gerne zeigen möchte, die das Thema Faye beinhalten. Ich meine, es gab ja damals so eine riesen Phase rund um Twilight, wo jeder alles weggesuchtet hat, was nur das Thema Vampir beinhaltet hat oder das Thema Werwolf. Das hat irgendwann dann noch mal abgeebbt und plötzlich waren die Faye absolut präsent, habe ich so das Gefühl gehabt. Ich habe also so, dass die Faye die Vampire abgelöst haben und eine Reihe hat zumindest jetzt, was so Bookstagram angeht, glaube ich auch dazu beigetragen, diesen Hype ins Rollen zu bringen. Natürlich liegt das Buch jetzt ganz unten auf dem Stapel. Also ich habe euch ein paar Buchreihen aus meinem Regal rausgesucht. Ihr werdet es auf den ersten Blick vielleicht jetzt nicht erkennen. Dornen und Rosen, die Fans unter euch, die werden wissen, welches es ist. Das ist ein Schutzumschlag, den gab es mal bei der Chest of Fandoms. So sieht das Buch im Original nämlich nicht aus. Also das ist... So, machen wir mal kurz ab. Das ist quasi nur so ein Schutzumschlag. Also so sieht es im Regal da bei mir aus, weil ich die ganze Reihe mit diesen Schutzumschlägen habe. Natürlich rede ich von dem Reich der sieben Höfe. Da muss ich jetzt den Fans gar nichts vormachen. So sieht das Ganze von innen aus. Wäre eigentlich auch richtig schön, aber ich fand die schwarze Rose eigentlich interessanter. Ja, so sieht das Buch im Original aus. Das Reich der sieben Höfe. Dornen und Rosen ist der erste Band und selbst hier ist noch ein Schutzumschlag drum, weil ja, diese ganzen Ranken etc. sind halt aufgedruckt und auch der Klappentext ist aufgedruckt. Also ohne diesen Schutzumschlag sieht es dann so aus. Ja, ich liebe diese Reihe abgöttisch. Auch wenn ich tatsächlich nicht wie ungefähr 90% der Leser ein Fan des männlichen Protagonisten bin. Also Reese ist bei jedermann absolut beliebt, aber ich bin ja so ein Sidekick-Fetischist. Ich mag es viel, 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 viel lieber. Also es geht um, es geht um drei Schwestern und es geht um drei Fae-Krieger, die irgendwann aufeinandertreffen. Ich werde euch natürlich gleich noch den Klappentext vorlesen. Aber ja, irgendwie stürzt sich jeder auf Farrah und Reese. Und ich mag eine andere Schwester und eben erst viel, viel, viel lieber. Aber ja, das sei mal hingestellt. Auf jeden Fall, wenn ihr in die Thematik der Fae eintauchen wollt, dann wäre auf jeden Fall das Reich der sieben Höfe ein sehr guter Anfang. Und jetzt erzähle ich euch, was der Klappentext inhaltstechnisch verlaufen ist. Als die junge Jägerin Farrah im Wald einen Wolf tötet, erscheint eine furchteinflößende Kreatur und verlangt wieder Gutmachung. Farrah wird nach Brithian verschleppt, in das Reich der Fae, das sie bisher nur aus Legenden kannte. Und sie entdeckt, dass der Entführer Tamlin ist. Ein Prinz, der Fae, der über den Frühlingshof herrscht. Bald merkt Farrah, dass ihre Gefühle Tamlin gegenüber sich ändern. Aus kaltem Hass wird Leidenschaft und keine Warnung, keine Legende, die sie je über die trügerisch schönen, mächtigen Fae gehört hat, kann das ändern. Doch ein uralter, grausamer Schatten liegt über dem Reich. Farrah muss einen Weg finden, um ihn aufzuhalten, wo ihre Welt ist für immer verloren. Eine Sache gibt es zum Reich der sieben Höfe nur noch zu erwähnen. Die Reihe bestand ursprünglich aus drei Büchern. Dann wurde noch so eine kleine, so ein Zwischenband gemacht, der quasi nach Band 1 bis 3 spielt, so ein bisschen à la Was danach geschah. Den fand ich jetzt allerdings selbst nicht so spannend und wichtig. Und dann gab es zu einer der Schwestern noch einen extra Band, um deren Geschichte nach dem Krieg weiter zu erzählen. Und dieser steht in der Buchhandlung bei den Jugendbüchern, enthält aber so extrem explizite Szenen, bei der wir erwachsenen Menschen uns schon denken, holler die Waldfee. Ich mir dann aber denke, wenn jetzt der Onkel Herbert für seine 12-jährige Nichte ein Jugendbuch kauft, das Cover super schön aussieht und das Kind dieses Buch liest, weil es eben ein Jugendbuch ist, offiziell... Mich hätte das mit 12-13 vermutlich verstört, was da drin zu lesen ist. Aber ja, das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte, oder die nächste Buchreihe, stammt tatsächlich aus der Feder der gleichen Autorin. Sarah J. Maas ist einfach addicted to Faye, muss man einfach so sagen. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Wir Leser freuen uns ja darüber. Sie hat nämlich nach dem Reich der Siebenhöfe noch eine Reihe auf den Markt gebracht, die Faye beinhaltet, die aber auch sehr, sehr viele andere Kreaturen beinhaltet. Crescent City ist nämlich ein Ort, an dem sich alles, was ihr so aus Fantasy-Geschichten kennt, tummelt. Seien das Wehrwölfe, seien das Vampire, seien das Faye, seien das... keine Ahnung was. Nixen, Nymphen, hast du nicht gesehen, Zauberer, Hexen, da gibt es alles in Crescent City. Kleine Elfen, kleine Elementare, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Da gibt es alles. Und unsere Hauptprotagonistin Faye, unsere Hauptprotagonistin Bryce ist auch eine Faye. Ihre beste Freundin Danika ist Anführerin eines Wolfrudels. Also da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viel Vielfalt. Wenn ihr mit Faye noch nie in Berührung kamt, würde ich auf jeden Fall erstmal das Reich der Siebenhöfe lesen und dann vielleicht danach zu Crescent City schwappen. Also ich würde definitiv das Reich der Siebenhöfe vorher lesen. Nur so als kleiner, ja, Ratschlag, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Crescent City ist für mich ein, ja, Epos sondersgleichen gewesen. Ich habe das damals mit Nella zusammengelesen. Das war unser erster Buddy Read. Und Band 2 haben wir dann auch zusammengelesen. Band 3 liegt jetzt seit er rauskam, schon auf meinem Nachttisch. Ich habe ihn leider noch nicht angefangen. Aber ich habe mich gerade jetzt am Wochenende mit Nella getroffen. Und ja, ich denke, der Buddy Read wird bald stattfinden. Die Reihe ist nämlich wirklich unheimlich gut. Und jetzt erzähle ich euch, um was es wirklich geht. Eine Stadt, in der die Luft vor Magie knistert. Eine junge Heldin, die nichts mehr zu verlieren hat. Die junge Bryce Grinden kennt als halb Mensch und halb Fae nicht nur die aufregenden Seiten der schillernden Metropole Crescent City, sondern auch die Abgründe ihrer Bewohner. Tagsüber arbeitet sie für eine Magierin und verkauft mehr oder weniger legale magische Artefakte. Nachts feiert sie mit ihren Freunden und genießt jedes Vergnügen, das Crescent City zu bieten hat. Doch dann wird ihre beste Freundin Danika von einem Dämon brutal ermordet. Lustigerweise habe ich mir den Klappentext halt so nicht durchgelesen, weil ich dachte, es ist von Sarah Chabas, ich lese es so oder so. Und dann kam ich direkt anfangs zu dieser Szene, in der Danika ermordet wird. Und dachte so, nee, nee, die ist nicht tot. Ach nee, die kommt gleich wieder, die ist nicht tot. Die bringt doch nicht am Anfang direkt die Protagonistin um. Die ist doch nicht doof. Habe mir dann den Klappentext durchgelesen und dachte, okay, Danika wird ermordet. Hätte ich vielleicht mal vorher lesen müssen, dann wäre ich nicht so geschockt gewesen. Aber ja, die Reihe ist wirklich sehr, sehr gut und wirklich nur zu empfehlen. Die nächste Reihe ist im Gegensatz zu Crescent City und dem Reich des Sieben Höfe schon komplett abgeschlossen. Da wird es keine Folgebände mehr geben. Beim Reich des Sieben Höfe wird auf jeden Fall noch was kommen. Bei Crescent City wird auf jeden Fall auch noch was kommen. Aber hier diese Reihe aus dem Hause Carlsen ist abgeschlossen. Ich habe die Version mit den Farbschnitten. Und eins wäre einmal Court of Sun und bei zwei wäre Court of Moon. Ja, auch Fae, aber in einem komplett anderen Zusammenhang. Es geht nämlich um ein Mädchen, das sich quasi zwischen zwei Fae-Prinzen entscheiden muss. Das ist natürlich nicht die Hauptstory, aber ein Teil davon. Anders als in das Reich des Sieben Höfe zum Beispiel ist hier allerdings bekannt, dass Fae existieren. Beziehungsweise, dass sie auch in der Welt von Apriela existieren. Nur gibt es hier noch sehr, sehr viele Geheimnisse, die nach und nach ans Licht kommen. Ihr bester Freund hat ein Riesengeheimnis vor ihr. Und ich habe die Reihe einfach so, 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 so gerne gelesen. Beziehungsweise Band 1 so gerne gelesen. Band 2 habe ich mir dann in unserer Buchhandlung irgendwie so drei Monate nach Release gekauft, weil ich es irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass es rauskommt. Und dann dachte ich, oh nein, ich habe Band 1 mit dem Farbschnitt, ich hätte Band 2 auch gern mit dem Farbschnitt. Und es gab es einfach nirgends wo mehr. Und ich habe auch bei Ebay Kleinanzeigen die Augen aufgehalten. Aber dann hatte es unsere klitzekleine Buchhandlung noch vorrätig. Und ja, deshalb steht es hier. Ich habe es leider noch nicht gelesen. Ihr habt es auch schon ein paar Mal in meinem What I Read Next Video gesehen. Ich wollte es eigentlich auf meine 24 für 24 Liste packen, damit ich genötigt bin, es zu lesen. Aber das ist nicht aussagekräftig. Ich habe die Reihe oder Band 1 unheimlich gern gelesen. Das war auch mein Monatshighlight und deshalb, ja, zu Recht in diesem Video. Die begnadete Diebin Apriela hasst die Fae. Doch als ihre Schwester Jess als Sklavin an den König des Schattenhofs verkauft wird, ist sie gezwungen, in deren magische Welt einzutauchen, um Jess zu retten. Im Hof wird Apriela nicht nur in ein Netz von Intrigen verstrickt, sondern gerät auch zwischen die Fronten der verfeindeten Reiche, des Lichts und der Schatten. Und sie muss sich zwischen zwei Prinzen entscheiden, die beide um ihr Herz kämpfen. Einem kann sie vertrauen, einer wird sie verraten. Dann habe ich noch zwei weitere Reihen für euch, die beide ebenfalls noch nicht abgeschlossen sind. Zu der nächsten gibt es aktuell fünf Bände, es wird aber noch ein sechster Band erscheinen. Und zwar ist das die The Darkest Gold Reihe von Raven Kennedy. Eine ganz, ganz, ganz riesengroße Empfehlung für euch, weil diese Reihe einfach unfassbar ist. Ich weiß nicht, ob ich in den letzten Jahren eine Reihe gelesen habe, die so viele Teile beinhaltet und die mich so lange bei der Stange halten konnte. Ganz oft habe ich das Problem, wenn eine Reihe zu viele Bände hat, dass dann irgendwann so meine Euphorie abflacht. Aber hier, ich glaube, ich würde noch sieben weitere Bände von The Darkest Gold haben wollen und auch lesen wollen. Ich habe den fünften Grad aktuell verschlungen und kann gar nicht abwarten, bis der sechste erscheint. Ich werde euch dann nochmal einblenden, wann das sein wird. Also ich glaube, das ist sogar noch dieses Jahr, auch im Hause KISS. Die Reihe ist optisch auch unheimlich schön. Also die Bücher werden von Schwarz immer heller. Das fünfte war schon fast komplett weiß. Ich habe es hier irgendwo liegen. Hier ist das fünfte. Also das ist schon komplett weiß. Es sollte damals auch nur eine fünfteilige Reihe werden. Deshalb ist dieses schon rein weiß. Ich weiß nicht, wie sie das sechste noch weißer als weiß machen wollen. Da lasse ich mich mal überraschen. Zur Empfehlung würde ich auch sagen, dass es eher eine Erwachsenenlektüre ist, weil wir zum Beispiel hier in Band 1 direkt in eine Szene einsteigen, wo mehrere Menschen miteinander aktiv sind. Nennen wir es mal einfach so, um das Video jugendfreundlich zu halten. Ja, also für schwache Nerven ist das definitiv nichts. Es gibt viel Blut, es gibt viel Gewalt, es gibt viel Zwischenmenschliches. Und ja, ich habe es trotzdem, vielleicht auch wegen den ganzen Punkten, sehr, sehr gefeiert. Und ja, kann die Reihe wirklich, 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 wirklich nur jedem ans Herz legen. Auch ein goldener Käfig ist immer noch ein Käfig. Gold, goldene Böden, goldene Wände, goldene Möbel, goldene Kleider. Im Schloss von hohen Leuten ist alles aus Gold. Selbst ich. Ich bin das lebende Symbol der Macht von König Midas. Die Macht, alles in Gold zu verwandeln, was er berührt. Für Außenstehende bin ich nur seine goldene Hure, aber für Midas bin ich mehr. Ich war schon bei ihm, bevor er König wurde. Ich war bei ihm, als wir nur einander hatten. Er hat mir damals versprochen, dass er für meine Sicherheit sorgen würde. Und das hat er getan. Obwohl ich meine Freiheit opfern musste, bin ich sicher, bis Krieg und Verrat unser goldenes Schloss erreichen. Bis mein Vertrauen in Midas erschüttert wird. Bis ich die Monster kennenlerne, vor denen er mich schützen sollte. Und dann kommen wir last but not least zur letzten Reihe. Da habe ich euch auch in den letzten Videos schon öfter von erzählt. Da gibt es aktuell zwei Bände. Der dritte kommt, wenn ich das richtig weiß, im August. Und zwar ist das die Broken Kingdom-Reihe von L.J. Andrews. Curse of Shadows and Thorns heißt der erste. Und Court of Ice and Ash heißt der zweite. Den hier habe ich gestern angefangen zu lesen. Deshalb ist er in meinem letzten Video von meinem What I Read Next, das ich auch heute quasi gedreht habe, nicht mehr aufgetaucht. Aber ja, die Reihe ist auch nochmal komplett anders. Die Fae dort sind auch eher Legenden gestalten. Also es ist nicht so wie bei Court of Sun und Court of Moon, dass die einfach unter den Menschen leben oder unter den anderen Magiebegabten. Dort ist es tatsächlich auch so, dass Fae nur ein Mythos sind. Aber trotzdem kennt ihn jeder. Und ja, es ist einfach super spannend, wie man ein Thema auf so viele Arten und Weisen erzählen kann. Hier geht es um ein Königshaus, bei dem die jüngere Tochter verheiratet werden soll. Und irgendwie hatte ich anfangs, auch wenn hier steht, die erfolgreiche Fae-Fantasy-Serie, oder Saga, das gar nicht so auf dem Schirm, dass es so Fae-lastig wird. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Es ist auch so ein TikTok-Trendbuch. Da bin ich ja normalerweise immer sehr, sehr skeptisch, ob es mir dann gefällt oder ob mir der Hype einfach zu groß ist und das Buch es gar nicht halten kann. Aber ich habe das Buch sehr, sehr gerne gelesen und habe auch teilweise ein Hörbuch, das Hörbuch von gehört. Es war auch sehr, sehr angenehm zu hören. Und da freue ich mich definitiv jetzt, heute Abend mit dem zweiten Band weiterzumachen, um dann einfach nächsten Monat auf Band 3 zu hoffen und damit die Reihe abzuschließen. Jetzt lese ich euch natürlich noch den Klappentext zu Band 1 vor. Verneige dich von mir und lass mich nie mehr gehen. Vor langer Zeit stahlen Elis' Vorfahren dem Fae-König die Krone. Jetzt ist es Elis' Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihre Familie den Thron behält. Zwar durch eine gute Partie. Das Problem ist nur, dass die junge Adelige sich lieber in Spielhallen herumdreht, statt auf Bällen zu tanzen. Deshalb wird Elis' Zukunft in die Hände des mysteriösen Mitgift-Unterhändlers Legion Grey gelegt. Er schürt ihren Zorn sowie eine verbotene Leidenschaft und er trägt ein Geheimnis in sich, dass nicht nur Elis' Starrsinn in die Knie zwingen wird, sondern das gesamte Königreich. Überall tauchen die Fae auf und ich hatte es nicht auf dem Schirm, habe es aber trotzdem sehr, sehr, sehr geliebt. Ihr Lieben, das waren alle Bücher mit dem Thema Fae, die ich euch heute zeigen wollte. Ich habe natürlich noch mehr in meinem Regal stehen, weil das Thema eben sehr, sehr präsent ist in der Buchbubble aktuell. Aber bei den Büchern, die noch im Regal stehen, war es eher so, dass das Thema gar nicht groß erwähnt wurde, sondern dass es einfach so mitgelaufen ist. Und hier geht es halt wirklich primär um die Thematik der Fae. Ich werde euch wie immer die Bücher unten in die Infobox packen. Da gibt es die Affiliate-Links zu Talia und Amazon. Also wenn ein Buch eure Neugier geweckt hat, dann könnt ihr da gerne nochmal nachlesen, euch Rezensionen durchlesen, es bestellen, es kaufen. Und was auch immer ihr damit tun wollt, das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss! Musik 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 Musik